Hey ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video, heute von der Costa Pacifica, einem wunderschönen Kreuzfahrtschiff und wir liegen heute vor Mykonos auf unserer Mittelmeerkreuzfahrt und ich nehme euch heute mit auf einen Rückgang durch das schöne Mykonos. Ja, wir liegen nicht im Hafen, sondern tendern heute, bedeutet wir werden mit kleinen Schiffen an den Anleger gebracht, denn wir sind nicht das einzige Kreuzfahrtschiff heute vor Ort. Neben uns gibt es noch vier weitere Kreuzfahrtschiffe, ich vermute Mykonos wird heute ziemlich voll werden. Kreuzfahrtschiff 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018